Hi, ich bin Holger Enghardt von Play4Smile. Benny Steinbach ist heute leider nicht hier. Er tanzt heute Ballett auf einer anderen Veranstaltung. Aber ihr werdet ihn auch sehen und mich zusammen am 7. Mai bei dem Wettbewerb Soundtrippin und ja, da werden wir mal ordentlich die Sau rauslassen. Bis dann. Ciao.